Hallo und herzlich Willkommen aus der Psychiatrie, wo die Türe noch zu sind. Oder in dem Fall sind sie offen, aber sie haben nur Luftlöcher und Leute wurden hier drin gefangen gehalten. Ja, wir wissen es nicht genau, was jetzt hier eigentlich passiert ist, aber in der letzten Folge von The Suicide of Rachel Forster war es so, dass wir diesen Geheimraum hier gefunden haben und der doch ziemlich gruselig ist, ehrlich gesagt. Und je mehr sie gesprochen haben, umso gruseliger wurde das Ganze. Ja, nicht so falsch. Sie werden mir helfen, ohne diese incessantigen Telefonnummern. Ich bin kein Schleppchen, für die Schleppchen. Okay, lass mich zusammenfassen. Ich habe gerade herausgefunden, dass es ein Raum für Rachel Forster in meinem Vater's Hotel ist. Vielleicht mit Sachen von ihrer realen Raum. Holy Jesus, das ist freaky. Ja, nicht so falsch. Einige Leute denken, dass sie nicht in der Schleppchen hat. Und einige denken, dass sie noch ist. Ich muss es nachdenken. Welche konkrete Beispiele habe ich gefunden? Erstens. Die Telefonnummer. Sie sagten, dass Rachel nicht tot. Wenn sie sich nicht in der Schleppchen hat. Dann wird die Schleppchen von zehn Jahren noch gut sein. Und dann wird mein Vater die verschiedenen Schleppchen, wo er noch sieht sie. Wenn das wahr ist, dann könnte es erklären, die Schleppchen von ihrer Freundin, hier in der Timberline. Und jetzt finde ich ihre Schleppchen, aber keine Schleppchen. Das Raum könnte nicht eine Reconstruktion sein, wenn sie sich nicht in der Schleppchen. Rachel könnte hier leben. Aber wenn sie noch alive ist, warum sagt sie ihren Eltern nicht? Unless... sie sind alle in kahoots. Keine Schleppchen. Keine Schleppchen. Keine Schleppchen. Nein, nein, nein. Ich bin nur schrecklich. Und dann... keine Chance für sie leben in einer fucking underground Replication ihrer Wohnung. Ja. Ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen, und ich wusste halt nicht, was das jetzt auslöst. wenn wir hochgehen. Oder weitergehen. Ähm... Ja. Das ist genau das, wo ich eigentlich jetzt hin wollte. Nämlich erst mal wieder zurück in ihr... ja... Zimmer in Anführungszeichen. Hier in diesen Master... Dings da... Booms da. Äh... Warte, sitzt hier um die Ecke? Master Suite. Genau. Ähm... Da steht ja irgendwo diese Spieluhr, von der sie gerade gesprochen hat. Ich glaube in einem Schlafzimmer oder so von dem Vater. Ich meine hier rechts haben wir die gesehen. Genau. Dann wollen wir mal schauen, was es mit der Spieluhr auf sich hat. Mhm. Das ist eine kleine mit live... We won by sudden death after a three hour game. And I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage. That I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind. Right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Sorry. Ja... Ich vermute mal stark, dass sie das mitbekommen hat. Oder eher, dass der Mutter erzählt hat. Und... Ja... Ich weiß aber nicht, was erzählt hat. Dass er was mit ihr angefangen hat. Dass er sie umgebracht hat. Okay, jetzt stehen wir vor der verschlossenen Tür. Da müssen wir zumindest nicht suchen. Da müssen wir zumindest nicht suchen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist das. Das befinden mich. Das hat mich. Das hat mich nach dem ganzen Hotel verstanden. Und wenn es noch eine Chance gibt, dass es noch eine Chance gibt, dass es noch ein Teil der Börse der Börse ist, dann muss es sein, der das letzte Börse ist, in der Attik. Das hat sich schon überhörtert. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there. And if he did, there must be a reason. It... it all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church? That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I had forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Den Raum über der Rezeption. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Oh Gott, jetzt wird's richtig. Also wir sind jetzt wohl oben im zweiten Stock. Ich weiß jetzt nicht, die Rezeption ist ja ganz unten gewesen. Garage, Laundry. Also müsste im Nee, Mainfloor war das aber nicht, oder? Metzer ziehen hier. Okay, in der Nähe vom Ballroom. Oder vom Essensraum. Ach Mann, wieso drücke ich immer auf Escape? Ich gucke aber mal eben. Nee, die Kette können wir immer noch nicht offen. Ähm, vielleicht finden wir da auch irgendwo einen Schlüssel für, um das Ganze zu öffnen. Jetzt ist es auch wieder tagsüber. Das finde ich persönlich sehr, ähm, entgegenkommend. Ähm. Oh mein, wir sind hier im Master Street. Doch, bei Master Street, der war doch... Nee, hier ist direkt die Treppe. Wir können natürlich auch einfach hier runtergehen. Okay. Ballroom ist hier. Genau, das war nämlich rechtsrum. Also, beziehungsweise, das ist die Rezeption, oder? So, muss ich doch nochmal eben gucken. Hol. Metzer ziehen. Ist wahrscheinlich das Ding da drüber, nehme ich mal an. Hier, dieser Zwischenraum. In der Mitte finden die Dinge ihren Platz. Das heißt jetzt genau was? Hm. Oder bin ich jetzt hier... Oh, Moment. Was ist das denn? Oh, da will ich nicht rein. Muss ich da rein? Was zur Hölle ist das? Kann man hier durch? Gott. Äh. Äh. Okay, hat jemand sie mit dem Baby erschlagen? Mit einem Hockeyschläger? War ich etwa diejenige? Das ist mein Hockeyschläger. What? Das ist mein Hockeyschläger. Das ist mein Hockeyschläger. Das ist mein Hockeys. Das ist mein Hockeys. Irving? Das ist mein Hockeyschläger. Ich hasse es, wenn Geräusche hinter mir sind. Ähm... Okay. Ja. Und du? Checkliste. Ich habe keine Checkliste mehr. Ich würde ehrlich gesagt gerne hier rausgehen. Die gehen alle oder flüchten alle vielleicht? Es sieht irgendwie etwas extrem seltsam aus. Hä? War das gerade die Rezeption unten? Die Klingel von der Rezeption? Das war doch gerade die Klingel. Äh... Wir haben jetzt aber keine... Ja, wegen was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock? Wüsste ich auch gerne. Ich weiß aber nicht, ob uns das jetzt weiterbringt, wenn wir jetzt wieder zurück nach oben gehen zu der Tür. Ähm... Also... Ich vermute jetzt mal ganz stark nach dem, was wir gerade gesehen haben, dass wir wahrscheinlich unsere Freundin, warum auch immer, umgebracht haben. Vielleicht aus irgendwelchen Eifersuchts-Szenen, vielleicht habe ich geschlaft verhandelt. Also nicht ich, sondern die Rachel. Ähm... Ich weiß es ja nicht. Wo kam ich denn überhaupt her? Das war hier, oder? Ähm... Ähm... War ich hier schon mal? Abgesehen mal von dem ekelhaften Geräusch gerade. Nee, ist... Ist hier nicht das Museum oder so? Da geht's wieder nach unten. Da geht's aber auch wieder runter. Aber ich bin hier noch nicht gewesen, oder? Doch, hier bin ich schon mal gewesen. Ja, klar. Aber das ist nicht der Dachboden hier, oder? Also ich bin hier definitiv schon mal gewesen. Das weiß ich. Ähm... Museum. Ich hab nur... Ach so, jetzt komme ich wieder zurück. Okay. Ich hab jetzt hier gerade gar keinen Plan mehr, wo ich überhaupt hin muss, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das sind die Räume. Also... Ich hab ja... Von Anfang an... Ein komisches Gefühl dabei gehabt. Auch mit diesen... Irwin irgendwie. Sind wir da jetzt durch, oder ist das die Tür gewesen, die für... Das war doch die Tür, die versperrt war. Genau. Okay. Vielen Dank.